Und auf der Bahn 4, seit dem 15. Februar diesen Jahres, hält den deutschen Rekord heute 200 Meter in dieser Liste. 100 Meter aus dem Tor mit Berlin. Klasse, 10 Meter, 100 Meter. Für mich. Die Sander hat ihren Freund nicht mehr. Das hat sie nicht mehr gesehen. Das hat sie nicht mehr gesehen. Ich habe nichts mehr gesehen. Es ist egal, ob wir von meinem ganzen Land sind. Tschüss. Ich hatte eine große Reihe. Ich habe sogar zu sehen. Ich habe übrigens zwei Vorschlag. Ich habe dann noch einen neuen Sprach. Ja, so wie gesagt, auf der Bahn 4, der deutsche Rekordhalter seit diesem Mai auf dieser Stelle. Das ist ein Fremdrecher, das ist ein Fremdrecher. So, alle drei drauf und hergucken. So, alle drei drauf und hergucken.